und herzlich willkommen meine damen und herren auf elysium bei deponia doomsday beim letzten mal haben wir uns den zugang hier erschlichen indem wir glied ist seine id karte gemobst haben nun ist der oberkontrollrad der wird duschen gehen ist hier oben irgendwo fahrstuhl terminal terminal ist das einzige was wir gerade angrabbeln können offensichtlich fahrstuhl cam keiner da keiner da was 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 soll ich jetzt solch irgendwas keiner da so raus soll ich dann ach so ich kann natürlich auch hier hingehen henna und henna das viertel geht wirklich langsam den bach runter ja wo immer zuerst hin ich glaube erst mal zu den beiden hier wollen wir noch einmal turtelgrau probieren aber schatzi spazi wir hatten doch schon gesagt dass uns das zu duster wird vielleicht heute noch eine expertenmeinung ein ich hab dich gar nicht kommen sehen tja ich bin wieder klimawandel aber ihr könnt mich auch rufus nennen du bist ja ein richtiger spaßvogel ich bin henna und das dort ist mein mann tenner wir sind die neuen nachbarn wir haben ein kleines problemchen mit unserem nestbau wir finden einfach nicht die richtigen gar nicht die weichkopf memmschals haben diese tollen früheinfädler aber das muster ist uns zu wenig bieder meyer die hängeschwanz schlafflappen hingegen sind schön klein kariert dafür darf man sie nicht warm duschen tja mit der ehe kommt die krise ach nein nichts kann unsere liebe überschatten außer vielleicht die richtigen gardinen wenn wir sie für ein schmusi stimmchen zu ziehen wie wärs mit gänsehaut die krieg ich nämlich wenn ich die beiden so reden höre jahre hat gibt es leider nur ein haben einhorn kotze und schleimbeutel vielleicht müssen wir uns doch noch weitere muster kommen lassen ich weiß nicht ich finde die auswahl passt zu euch ja finde ich nämlich das viertel geht wirklich langsam den bach runter ja da kann ich auch noch hin gehen wir erstmal dahin wo kommen wir denn dahin ach kicken mal da kommen wir hier wieder raus das ist ja der wahnsinn gut was haben wir hier justus jonas und franz verdammt da muss ich mich wohl auf mein detektivisches gespür verlassen um julis ist nicht über den weg zu laufen oder ich folge einfach der engelsgleichen stimme da durch diesen durchgang da vorne ich habe ein ganz mieses gefühl monster fußpantoffeln was die peter wohl dazu sagt nicht viel nimm mal mit den können wir nicht mitnehmen ansonsten bilder kohl hat nie erzählt dass sie mal eine zahnspange getragen ach gottchen schrill ja sprich doch eigentlich nichts gegen so ansonsten ist hier nicht viel der elefant der seine stoßzähne für dieses klavier gelassen hat litt offenbar unter starker caries fast jede zweite taste ist schwarz gibt es denn hier keinen zahnarzt badum können wir irgendwas dran machen wir könnten jetzt natürlich spielen ich klipper mal rum ich nenne es etude für goal in a7 oben caries ok dann gehen wir mal folgen wir mal diesem engelsgleichen stimmchen klopf klopf darf man eintreten und beim duschen stören meine bezaubernde silhuette eines alten nacken behaarten mannes äh ja ich wollte mit den anderen für ein paar tage auf den schwebenden gärten zelten nur zu nur zu solange du nicht wieder die parkwächter zu musik data setten spielern umprogrammiert du bist der beste ciao oh gott oh nicht doch nooo nooo hey wer ist da was haben sie hier verloren ähm zimmerservice ein klon sind entweder die dienstbots wieder defekt ja es grassiert gerade eine robokulose welle sehr ansteckend auf ebene 5 husten sogar schon die toaster hm ist das so ach egal bringen sie meinen helm in die reinigung und verschwinden sie sehr wohl na gut sind hier noch irgendwelche klamotten oder so raus klo ich würde gerne eine spülung ziehen damit ihm vielleicht ein bisschen kalt wie lange will er denn noch duschen das gibt doch schrumpelpumpelhaut vielleicht ist er ja schon schrumpelpumpelicht dann kann ihm das ja egal sein ich bin am ziel und es ist noch viel schöner als ich es mir in meinen feuchtesten träumen ausgemalt habe das klo das einzig wahre klo nun gut ist hier sonst noch irgendetwas nützliches die kohlenzange ich weiß zwar nicht wofür aber achso ah und uns läuft Zeit ab oh sonst noch irgendwas nein komm wir irgendwo hin nein schnell raus oh schnell zum aufzug aha goal ja wer spricht da du darfst nicht gehen du darfst nicht gehen jetzt reicht es mir aber wer bist du hat dich mein vater geschickt wenn ja kannst du ihm ausrichten dass ich meine eigenen entscheidungen treffe und dass er mir nachspionieren lässt ist wohl der obergipfel wenn er mir was zu sagen hat soll er das gefälligst persönlich machen dieses gespräch ist beendet nein 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 keiner da verdammt ähm ja toll schnell da rein ähm wo will ich denn hin funzone habitat ältestenrat wo muss ich denn hin ich geh jetzt mal zum ältestenrat das war aber kein schöner ton probier's nochmal ähm das war aber kein schöner ton probier's nochmal was zum wie wär's denn hiermit das probier's und das war aber probier's wie wär was wär was wär was wär was wie Schöne Melodie, du musst dir schon mehr Mühe geben. Alter. Ronny! Du schon wieder? Kennen wir uns? Noch nicht. Das müssen wir ändern. Stell es auf die Liste, ganz hinten hin. So grießgrämig, dabei ist so ein wunderschöner Tag. Und wenn du nicht weißt, wo du dich zuerst amüsieren sollst, kein Problem, ich kann dir alle Fragen beantworten. Super. Frage 1. Gibt es ja auch ein Interface, das mich nicht zulabert? Das ist Elysium. Hier gibt es alles, was du dir wünschst. Du musst einfach nur den Schlegel nehmen. Was denn für ein Schlegel? Oh je. Da hat doch wieder so ein Hallodri den Schlegel geklaut. Macht nichts. Dafür bin ich ja da. Wo soll ich dich hinbringen? Du könntest ein wenig Spaß vertragen. Also schlage ich die Fannsauen vor. Ja, schleunen, äh, schleunigst zu den Schleusen. Fannsauen? Ja, ich will, folgen mal dem eigentlichen. Nein, ich muss schleusigst zu den Schleunen. Äh, schleunigst zu den Schleusen. Na, die sind ja heute extrem beliebt. Los geht's! Wo ist der nervig, ey? Mist. Ach, du dicker Vater. Das Hochboot hat bereits abgelegt. Was mach ich denn jetzt? Willst du meinen Vorschlag hören? Mac Chronicle! Was machst du denn da immer noch in den Schächten? Mich nicht einmischen. Du bist so langweilig, Mac. Wir sind hier im Paradies und du steckst deinen Kopf in den Sand. Okay. Vielleicht ist Goal nicht mehr hier. Aber sie kommt ja zurück. Und so lange habe ich zwei Worte, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Fannsauen! Bist du irre? Du müsstest auf Deponia sein und die Welt retten. Wozu Deponia? Der ganze Sinn und Zweck meiner Enquäten lag doch darin, nach Elysium zu kommen. Um Deponia zu retten, muss ich nichts weiter tun, als beim Ältestenrat vorzusprechen. Zieh es ein. Dies ist eine Abkürzung zu meinem wohlverdienten Happy End. Und ich brauche mich dafür nicht einmal in den Tod zu stürzen. Aber... Aber Rhabar, wenn du mich suchst, ich bin in der Fun-Zone. Willkommen in der Fun-Zone. Sammle 10.000 Spaßpunkte und gewinne einen tollen Preis. Wähle eine von vielen Attraktionen aus. Und vor allen Dingen, habe Spaß! 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 Ähm... Was? Autorennen! Golf! Fun-Score 0! Pool! Ernsthaft? Ja, erstmal ins Bällebad. Achso, echt? Ich habe doch gelesen... Ach, hier! Swat! 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 Achso, ach okay. Hm? Nochmal. Ja. Oh. Was heißt das, wenn ich bei beiden mal Vollstoff gebe? Ach, das... ja. So, Riedling. Achso. Achso. Achso, ach, ah. Ah. Ah, fast. Wie soll ich denn da einlochen? Können wir das nicht irgendwie beschleunigen? Jetzt, wenn ich das ganz flach mache. Achso. Ja, nur bis dahin. Ähm. Achso. Wie ist das einlochen? Schlecht. Ich kann nicht info. Ja, voll. Okay. Achso. 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 Na komm, na komm, na komm Bis in den roten Bereich, komm, komm, schneller, 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 schneller Was sitzt du denn da rum? Das sollten wir unbedingt wiederholen Du, ich glaub da hinten will einer was von dir Was? Wo? Ach nee, das ist nur mit Chronicle Wir stehen am Rande einer Zeitschleife, das wird sich alles wiederholen Warum regt er sich so auf? Keine Ahnung, ich versteh nur Zum Glück bin ich ein Experte im Schlabberlücken-Ges Ich fürchte, es gibt ein Zeitreset, der Ich glaube, es heißt Zeit fürs Bett Es gibt ein Zeitreset Und der steht kurz bevor Das bläht der Chor Also, für mich klang das eher wie Zeitreset steht kurz bevor Ja, aber das würde ja keinen Sinn ergeben Nee, nee Das sei denn natürlich Oh, oh Moin Ach, nö Äh Da müssen wir uns mal beeilen, oder? Die haben wir, die haben wir Die nehmen wir auch noch Vielleicht müssen wir ja mit ihrem Vater Also als ihr Vater So Ah Boah, mach mal hin Weil ich es verbiete Weil ohne dich alles doof ist Weil ohne dich alles doof ist Hast du schon wieder getrunken? Was? Nein! Ich In diesem Zustand werde ich bestimmt nicht mit dir diskutieren Ich gehe nach Deponia und damit Basta Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hierbleiben sollte? Ja Ja Weil ich es vermiete Ach ist das so Kleine Neuigkeit Ich bin keiner von deinen Organon-Soldaten Ich gehe nach Deponia und damit Basta Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hierbleiben sollte? Ja Weil du Hausarrest hast Weil du Hausarrest hast Hausarrest? Ich bin keine 14 mehr Außerdem Die Verlobung mit Cletus war doch deine Idee Sollte ich nicht ein wenig Zeit mit meinem zukünftigen Ehemann verbringen? Äh Das lohnt sich nicht Die Verlobung ist abgesagt Das hier ist keines von deinen Sprengmanövern Es geht um meine Zukunft Und wenn ich möchte, dass die im Müll beginnt Dann kannst du da herzlich wenig gegen unternehmen Ich gehe nach Deponia und damit Basta Oder gibt es noch einen richtigen Grund, warum ich hierbleiben sollte? Ja Dann Weil wegen ihr Weil ich sonst die Selbstzerstörung aktiviere Bitte was? Okay Ich kann dich nicht mehr ernst nehmen Mach was du willst Ich rede nicht mehr mit dir Hey Was tust du? Ich leite die Selbstzerstörung ein Wie versprochen Das wagst du nicht Na dann pass mal auf Ha Ich wusste, dass du blöffst Mach's gut, Dad Mist Verdammt Das sah eigentlich vielversprechend aus Mit den richtigen Notfallcodes könnte ich sie bestimmt überzeugen Aber Und was mache ich jetzt? Soll ich jetzt wieder Nochmal Keiner Gibt es denn noch eine andere Option, wenn ich hier? Hey Willkommen zu Worten Wenn sie die Elysium Ihr Elysium Ja dann Nennen wir das mal Plan P P wie pur im Potfall Verdammt Warum habe ich N schon für meine Wochenendpläne vergeudet? Mist Hm Keiner da Nennen wir das P P P P P P P P Kann ich schon wieder runtergehen? Oder? P 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 sich in den Lauf der Dinge einzumischen. Soll ich etwa auch Feige durch den Luftschach poltern? Wahnsinnig, Protokoll. Besonders jetzt, wo die Zeit resettet wurde. Ich weiß, irgendjemand muss die Kobel am Kronokar benutzt haben. Und jetzt muss er noch einmal Grill Donnerstag feiern. Das wird ihm eine Lehre sein. Geschieht ihm recht. Ich fürchte nicht, wenn er keinen Aluhut aufhatte, wird er es heute Abend wieder genauso tun. Und dann wieder. Und wieder. Und wir stecken hier fest und können nichts dagegen tun. Das ist das Ende der Zeit, wie wir sie kennen. Du meinst, dieser Tag wird sich ewig wiederholen? Hm. Wo kann ich mir Schlimmeres vorstellen? Bitte was? Das war kein so übler Tag. Ich hatte Spaß. Schade, dass Goal nicht da ist. Vielleicht kriege ich sie ja in der nächsten Schlaufe überredet. Dann würde ich aufhören, sie zu überreden. Und dann werden wir glücklich für alle Zeiten auf Elysium. Aber so geht das doch nicht. Die Zeit würde niemals voranschreiten. Ich hab's schon verstanden. Du kannst dir deinen Werbeblock sparen. Aber, ach, was hab ich nur angerichtet? Ja, dann, äh, was haben wir denn da unten? Echsenhaut. Ach, warum? Monsterfüße, Echsenhaut? Ähm. Na nun, Toni hatte recht. Nicht alles ist lustiger mit Monsterfußpantoffeln. Ich muss mich wohl doch beim Bestattungsdienst entschuldigen. Ja, gut. Irgendwo auf Elysium läuft nun ein Pestspeichelbarad pudelnackig durch die Gegend. Hahaha. Nudisten im Paradies. Mal ganz was Neues. Ohohoho. Ja, gut. Die erinnert mich an meinen letzten Zahnarztbesuch. Ich hatte einen Bohrer und etwas Lachgas mitgehen lassen. Am nächsten Tag wurde ich aus dem Kindergarten geworfen. Das hat man davon. Na toll. Steht da irgendwas drin? Gänsehaut. Um das bereits die Verlockungen des potenziellen Amtsmissbrauchs sind. Ohohoho. Wer weiß. Weil ich weiß, dass wir im nächsten Part an dieser Stelle weitermachen. Schauen, was wir dann... Ach, hier, guck mal. Ein Schlegel. Aha. An mir ist ein großer Perkussionist verloren gegangen. Leider brauchte Tonis Mutter das Becken anderweitig. Hier lässt sich auch Prothesen nach Hause liefern. Ja. Wir werden mal gucken, was wir davon haben. Aber erst im nächsten Part. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und sage bis dahin. Tschüss.